Ayo. 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 Jawoll ja. Was denn? Gewöhne daran, so was hast du hier nur. Find ich gut so, also will ich mich gar nicht beschweren. Bring Zuschauer. Bring Zuschauer. Zuschauer. Ganz im Ernst, deswegen mag ich's eigentlich gar nicht. Ich mach's einfach, weil's mir gefällt. Nee, ich werd auch immer gefragt, wie man halt am leichtesten Zuschauer kriegt. Ja, meine Fresse, wie kriegt man die halt am leichtesten? Ganz einfach. Selbst wenn du einen hast, tu so, als wenn du hunderte hättest. Richtig. Also das ist eine extrem gesunde Einstellung. Und wenn man wirklich Zuschauer schnell haben möchte, dann muss man einfach das zocken, was gerade in aller Munde ist. Nee. Das bleibt das Bullshit. Das funktioniert auch so. Beispielsweise nur mal so Spielebär als Streamer, der hat richtig Zulauf gekriegt, als das Satisfactory angefangen hat. Hm. Aber richtig Zulauf. Deswegen, du brauchst bloß das richtig Spiel finden. Ja. Wenn du jetzt Rust spielen würdest, dann würdest du auch wahrscheinlich durch die Decke gehen mit den Zahlen gefühlt. Puh, ich könnte sogar auf den Streamer oder wo von Rust. Ja, aber es ist, keine Ahnung, aber es ist irgendwie so kein Spiel, was ich jetzt einfach mal so spielen könnte, wie jetzt dieses hier zum Beispiel. Und ich, da hätte ich wieder so viele Verpflichtungen in diesem Spiel, dass ich wieder was craften muss, was aufbauen muss, was beschützen muss. Es ist anstrengend. Wieso, wenn die richtigen Leute dabei ist, wie uns zum Beispiel? Das ist wiederum was anderes. Aber ich sag ja, also wenn ich es aber alleine machen wollen würde, halt so mit Gelegenheit, dann wäre es natürlich nicht so... Na ja, Gelegenheit macht Liebe. Ja. Haha, stimmt allerdings. Immer das gleiche mit den Dieben. Ja. Ich lauere dich mit Bucht aus. Was willst du mit Soße, Schneute? Kann man den da schießen? Versuchen wir die Zähne aus. Haha, guck mal, der sieht schön aus. Ich finde den jetzt schön, viel besser als vorher. Das sind die da, diese Schwurregelente. Das ist direkt die Nase gerichtet. Hüpplel, Hüpplel. Ach, Scheiße. Hüpplel. Geld hoch, Ende her. Aber wie muss ich denn das eigentlich gerade verstehen? Heißt das, dass du Bock hast auf Rust oder was meinst du? Was, ich jetzt? Äh, ich glaube es ist jetzt alles gesagt. Also der Fan von Rust bin ich jetzt nicht, sowieso nicht. Aber wie viel Kopfschüsse hält denn der Ausbau in der Freizeit? Ich hab C5 gefunden. Hat C5? Ja. Ich hab C6. Weiß endlich wo C5 ist. So. Wisst schon, dass das ein Gitter ist, ne? So lass uns das Gitter, Gitter. Das war's nicht. Weiß nicht so, wie ist das? Ich hab's geortragen, den Mama orange. Wir haben die Kursche. Bibi, 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 Bibi. Bibi, 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 Bibi. Ja, wir wollen. Ja, wir wollen wir. Ja, wir wollen der. Herr Boll ist aufgetreten. aber kann ja noch also oft redet man ist keine andere bahnsteamer immer diese streamer ist ja schlimm ich glaube so bauchgefühlsmäßig so als dieter bohlen als zombie könnte ich mir ich gut vorstellen und wartest du ich weiß aber gar nicht gehört nintendo switch ja keine schleichwerbung bei 14 so was pecky vor team auf Tombees, ich begrüße Sie. Halt, mach. Oh, in der besten... Oh, fuck. Ah! Ich muss weg. Au! 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 Ein Kopf kürzer und weiter geht's. Rückmassage. Ui! Das war jetzt nicht so schön, die Rückmassage, aber schon in Ordnung. Okay. Ui, ist eine Schrottflinte. Ich nehm gerade alles, ich hab keine Money mehr. Ich nehm gerade alles. Klingt jetzt ein bisschen falsch. Hört sich ein bisschen falsch an. Das ist auch falsch. Definitiv. Too much to information. Ich... Hier ist ein Scheiter, sollst du mal scheitern? Ne, schalter mal nicht, mach mal hier die Tür auf, bitte. Moment, Brigitte. Danke, danke. Voll im Kanate, Beate. Was? Geht's hier mal weiter? Ja. Ja, Möro muss erst mal ne Tür auf. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wo die wieder war. Im Hauptgang. Bin im Hauptgang. Nein, dann komm mit. Knack. Hinten X. Was? Hinten X. Hinten X. Was? Hinten X. Lass uns doch zurücksetzen, ist doch egal. Hä? Na toll. Mich hat's voll erwischt. Hä? Das ist Kaffee. Alter. Forrest, Renn. Lauf Forrest, lauf! Lauf Schlampe, lauf! Hinten X. Hinten X. Hinten X. Alte.... Prozent und mit Schwanzvergleich oder was mit Tatsache auf Tisch oder da erst mal von Munition Maikor das sollte mir tierisch auf den Sack geht, meine Waffe ist nicht mehr da die ich brauche Uiuiui Ich habe gerade hier einen Architekten getroffen Was hast du, den Architekten getroffen? Jaja, das sah gar nicht mehr so gesund aus Es ist aber schön, dass du einen Architekten getroffen hast Was hat denn jetzt die IP? Das Auto beim rückwärts fahren Oh, schnell rückwärts gefahren Oh, sieht der Bolt wieder auftritt? Oh ja Ja, das war meine Antwort Oh, das war extrem sexy Falls jemand hat C12 gefunden, dann sagt Bescheid Aber ich habe nur C24 Ist das nicht bei N24? Nein, stimmt nicht Cyberpunk noch nicht gespielt Das heißt jetzt N54 Say? Achso N54 Ja, bei Cyberpunk gibt es einen Nachrichtensender der heißt N54 N54 Okay, das ist interessant Ach, die Sprengnahrung gefunden Das ist das gegenüber den Deutschen Ich mach da drüben mal auf, ne? Ja, mach mal auf Was wartest du denn? Ist immer noch nicht offen Forrest läuft nicht Lauf Schlampe Lauf Schlampe Was waren deine letzten Worte? Lauf Schlampe Lauf Lauf Schlampe Lauf Schlampe Achja Ich will ja nicht falsch Auf das Ding Okay Ich hab mit Oh, wo sind die Sätzen festgestellt, dass ich keine Pistole mehr habe Pistole? Hei Amo Break Ich glaube, du hast meine Amo gebrochen Na gut, dann nehm ich halt ne Arme Brust So, wo habt ihr den hier, den habt ihr da hingestellt Wo kommt der zweite dann jetzt hin? Wenn ihr den da habt, dann stell ich den Pss Ach Scheiße Wo stell ich denn das MG hin? Oben dann Da wo Platz ist Da haben wir schon hin MG ist oben Wollen wir weder oben hinstellen? Ja, aber Äh Pfff 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 Hehehehe Na, ich stell weder oben hin So, sonst geht der oben Na dann Kuschelt mal mit dem Button Pfff Pff Ne, ich stell wieder Ja hallo Bist Streamer Klar musst du drücken Hehehehe Action Hey, willst du mich verkack eiern? Was denn? Nehm mich Say Die alle in die Luft hinfallen Das sind die Lustig Hey Okay Okay Hm, mein Kaliber 50 hat Husten So stockendes Husten auch noch Mein Kaliber 50 hat Corona Ja Ja, geht schon Lemminge Lemminge Alter, ein neues Lemmings wäre ja immer geil Ja Würde ich feiern So, wieder unten in den blauen Kadüse rinstellen Scheiße 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 Wurde ich noch mal Naja Na ja War haben wir Ghani mal weg da dann die hat das mit ananas war gar nicht das ist die ist die anbrust der waffe die am brust ist nur zwei und ist gut hier ist noch eine stil stil ja hast du ein stil ja ja mit die fünf kommen auch hier hat jemand vom ich weiß nicht ich kenne schallgedämpften waffen hier das ist er hier mit seiner armenbrust ja gegen der geht leider nicht ein dass irgendwie meine springen und mission die armenbrust hat sprengen und ist das denn um sie haben brauchst du so total op was mir macht am meisten spart der breite sie da ist schon lustig das ding muss das punkt der hätte sparen können er hat mich so ein bisschen an farcry und oder crisis mit der anbrust ja bei farcry hast du einen explodierenden pfeil ja brandpfeile sind aber auch die geilsten hier ist irgendwas was soll jetzt mal recht wagen scharfschützen zu nehmen scharfschütze hat auch explosiv munition ich bin mal gespannt die zoppt aber schon echt gut glück nicht widersprechen wir hatten fans wird da ist jemand fan von der switch hier ist noch eine lmg falls jemand braucht wir sind jetzt schon wieder in der piste was hier ist eine witch ich brauche ein bisschen mehr munition in der piste ja dann kuschelt mal mit dem button der da ist weise mal ruhig junge frau klick sind wieder die sonderschmuhl ok mit dem king Geh! 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 Ach, wer geht schon rüber? Ja, wer bleibt hier? Na, die hat jetzt ihre neue Entwickler. Wo kommen die jetzt her? Hier on the sky? Guckt halt sich in den Himmel nach dem Key? Ich hab'n Kickerickey! Ich hab'n eingelebt! Ich wollt'n schwer ein Hoh! Du krieg dich hin zu durch. Kiegt dir jeden Tag ein Ei und dann noch mal zwei. Ja dann, Puschel den Button! Mach'n! Konzentration stinkt! Ihr klaut mich schon wieder meine Kills, Alter. Wirkliche Fan-Post. ich habe jetzt rüber hoch wir gehen mal bis nach rechts sagt das kein ordentliches bild kriegst kein ordentliches bild alle pizzer gehen hoch da schon wieder ein streamer habt ihr habt wie viele streamen was willst du immer nach hause immer kacken ich habe doch irgendwo ein granat launcher getroppt ach hier ist er war nicht schon wieder total sinnvoll was gemacht hat was will die menschen endlich oh ja ist mir zu billig ich hab kein footlong so viel zu viel cent zu wenig mit hat noch jemand sehr viel geworden alter rückst du vier aus randa hopp hier ist noch ein medikit wenn sich jemand verbinden muss ich geh mal runter wo ist das medikit gesehen oben zombies sind coming fein key Alter, jetzt muss ich mich heilen Die hat mir halt gespuckt Siehst du vollgerotzt aus? Ich werde langsam infiziert hier, gerade schwarzbild Ich werde einen Monitor wieder zurückschaffen, wenn ich schwarzbild habe Ich geh mal kurz Munition sammeln Das wäre ne Idee So, aufmunitioniert, komm wieder runter Ich tu mal mit dem Balken kuscheln So kuschelt Du bist runtergerannt, äh hochgerannt Unden war da auch noch Steck Munition Joa Ich bin hochgerannt, weil da noch Gas war Hm Ah, gut Neh mal die da Ja, jetzt habe ich keinen Flecken auf dem T-Shirt So lange wie du keine Zombiehirne messen hast, hast du sonarisiert Hm, Affenhirn auf Eis Jaa, Bau den Fokal und Beinen Na dann Lauf Schlampe, lauf know man wird mir jetzt mit die kette klaut ich dann nicht oder ich habe gibt es mehr er hat nämlich auch geht es mir und gesagt dass nur Ufff! Gut, ich habe meine Hände. Also die Einbruchs ist wirklich gut. Hat jemand C4? Ist das eigentlich so ein Bonus, den man einsammelt? Oder ein Mission Subjekt? Also ob C4 Mission Subjekt ist oder ein Bonus, den du einsammelst? Das ist ein Bonus, den einsammelst. Wenn mit C4 holst du ganz leicht die meisten Kills. Hmm. Äh, mit C4 soll ich nicht mit der Armbrust. Die Armbrust baut nämlich da drauf. Massenkills zu machen. Oh ja. So. Also jetzt nichts mit verschanzen. Wo ist der Typ eigentlich? Äh, im Fahrzeug. Äh, wo ist das Fahrzeug? Ach, das ist der Zug da unter uns? Ja. Ist der vorne oder hinten? Weiß man das? Da vorne. Okay, nächste Frage, wo ist vorne? Da wo wir jetzt sind. Ah, ok. Oh, ok. Ich glaube ich bist richtig. Aber nein, nein nein nein. und einen Sturmgedöns-Park, also. Sprengladung. Ja, ich habe zu überlegen, welche Türe eröffnen will. Entweder laufen noch mal zurück, oder du machst die... Zurück laufen? Ich weiß nicht, ob das geht. Ne, sieht nicht so aus. Geht nicht. Also macht die hier auch. Oh, hier oben ist das Scharfschutzbierbeer. Hat jemand noch die Dreier leer? Einmal C4, bitte. Da unten. Hm? Wir hatten noch C4 gefunden. Na, unser Batch. Ich hab das. Wo, ah, das Ding. Ich glaube, das Teil steht da ein bisschen scheiße. Wieso? Auf der anderen Seite hätte es mir gefallen, weil da kann er den Zug nämlich noch mit beschützen. Ach, shit, man kann es nicht mal in Sachen stehen. Das ist doof. Okay. Wo? Man hat sie auf der rechten Seite? Ja, wenn es ein Auto geschützt ist, weil die Dinger kann man nachladen. Ne, das ist gleich noch Maschinengewehr. Ja. Ja. Dann stellt es trotzdem da ein, damit man wenigstens die Cockpit, den müssen wir schützen. Hm. So, ich hol mir jetzt aber erstmal das Scharfschützengewehr da oben. Ein Scharfschützengewehr. Ja. Lass mal kurz den Flammenwerfer hier neben mir liegen. Hm, ich hab die Autoschrotze. Boa eine. Oben liegt der Flammenwerfer. Falls du tauschen willst. Nö. Nic zum N Mid. Na dann. Kuschelt mal mitn'm Baden Männer kuscheln mal. Hey. Na dann. Waech den Button. ��도 denpreschen mal, ich bin hier nämlich gerade. wo oben bringen wenn corona vorbei ist wann ist es wieder erlaubt raus zu gehen jetzt was bringt den zug ein was will denn der von mir immer immer die dicken immer auf mich egal welchen scheiß spiel alter immer überlegt der idiot der ist weg die ganze zeit kommen von oben immer wieder mal runter bilden kommt noch mal in coming und kommen von hinten müsste durch sein ja die stürmen gerade den entzug stürmen jetzt stürmen sie nicht ich fühle mich so belästigt hinter dir ich bin jetzt der einzige wer hier drinnen steht warum soll ich denn drinnen stehen weil hier drinnen kratten sind man herauswerfen und ich muss mich mal du bist so ein schlückchen ich hab gerade das in die Ich hätte mir die Abro so nochmal mitnehmen sollen. Ich hätte mir die Abro so nochmal mitnehmen müssen. Meinst du die, die ich gerade habe? Ich habe mir die nämlich von dir direkt genommen. Wollt ihr einfach abräumen? Ja ja, natürlich versteht mir kein Spaß. Logisch. Mann, du hast so viele Zuschauer wie ein anderer Typ, der gerade ein Minecraft spielt. Ja, ich war eins und ich war der Zweite. Ah, herrlich. Ja. Die Anpost haut wirklich ordentlich rein, sieht man schon direkt. Ja. Krass, aber war echt eine gute Runde. Hat richtig Bock gemacht, ohne Scheiß. Willst du mir jetzt sagen, um das Feierabend oder was? Ich sage, ich mache Feierabend. Ich muss morgen wieder früh raus, von daher. Es zieht nie ein. Ah ja, sorry. Aber hey, Vorfreude auf morgen, komm schon. In dem Sinne, ab in die Rinne. Wer will denn in die Rinne? Wenn die Rinne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.